Auf dem Gelände des Hofbrauhauses Coburg ist der symbolische Grundstein für das neue Gebäude der Hochschule Coburg gelegt worden. Auf den freigelegten historischen Gewölbekellern direkt neben dem Hofbrauhaus soll ein zweigeschossiges Gebäude mit über 5000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen, in dem künftig die Fakultät Design untergebracht wird. Die Bamberger Klappern-Gruppe errichtet den Bau in Auftrag des Freistaats Bayern. Für den geschäftsführenden Gesellschafter Peter Klappern ist das Projekt aber weit mehr, wie er im Rahmen einer kleinen Feierstunde sagte. Das Besondere hier in Coburg an diesem Standort war vom Anfang an dieser Standort als solche, diese historische Vergangenheit, der Altbau und dieses Einfügen des Neubaus in dieser landschaftlich reizvollen Umgebung und unter Einbeziehung der wundervollen, riesigen, historischen Keller, in dem mal Bier gelagert wurde, das wird ja alles in den Baufarben integriert. Später werden diese Gewölbekeller als Werkstätten für die Hochschule benutzt. Das ist einfach was Spannendes, das macht man nicht alle Tage, das ist kein Objekt auf der grünen Wiese. Architekt Harald Eichhorn erinnerte an die wechselvolle Geschichte des Hofbrauhaus Areal. Sein Büro sei bereits seit 1993 mit dem Projekt befasst. Nach dem ersten Bauabschnitt um das Jahr 2000 sei der jetzt folgende zweite Bauabschnitt mit dem Neubau eine besondere Herausforderung. Also grundsätzlich erstmal die große Herausforderung, also diese Emotionalität, die auch für uns Architekten dabei ist, auch in meinem Büro, dass wir jetzt eine komplette Gestaltung dieses Geländes bekommen, eben mit diesem zweiten Bauabschnitt und dass dieser zweite Bauabschnitt auch die Gewölbe, also die typische Charakteristik dieses Hofbrauhaus durch diese Gewölbe erhalten konnten. Für die Fakultät Design geht ein Traum in Erfüllung. Das betonte Professor Michael Heinrich, Vizepräsident der Hochschule Coburg, selbst an der Fakultät beschäftigt. Sie wissen ja, zwei Studiengänge sind bisher noch im Provisorium in der SÜG untergebracht. Die waren auch vorher am Campus, oben am Hauptcampus untergebracht, sodass es für uns alle jetzt etwas ganz Neues sein wird, auch räumlich hier zusammengelegt zu sein. Und ich erwarte mir mit Sicherheit zu 100 Prozent, dass die Vernetzung innerhalb der Fakultät eine ganz neue Qualität annehmen wird. Zusätzlich bekommen wir ja hier eine Mensa, eine Cafeteria, das habe ich schon in meiner Rede auch gesagt. Das ist etwas völlig Neues, dass wir uns auch auf informeller Ebene begegnen können, Neuigkeiten austauschen, Pläne spinnen, Konzepte auch miteinander abgleichen und besprechen können. Also da erwarte ich mir eine raketenhafte Entwicklung auch der Vernetzung innerhalb unserer Studiengänge, auch inhaltlich, personell und auch unter den Studierenden natürlich. Ein gutes Jahr wird er sich noch gedulden müssen. Für den September 2012 ist die Fertigstellung des Gebäudes vorgesehen. Dann werden auf insgesamt 8.000 Quadratmetern am Standort Hofbrauhaus etwa 1.000 Studierende der Fakultät Design ihrem Studium nachgehen.